Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum Software Engineering. Heute wollen wir uns tatsächlich mit der Entwurfsphase beschäftigen. Ich zeige euch nochmal ganz kurz das Wasserfallmodell. Und zwar hier haben wir den Entwurf an der zweiten Stelle. Sprich, es ist quasi der nächste Schritt, nachdem man das Lastenheft wirklich zur Verfügung hat. Das heißt, wir haben jetzt eine Reihe von Anforderungen oder Requirements eben gegeben. In dieser Form, die wir das letzte Mal besprochen haben. Und ja, das Beste ist natürlich, wenn man diese Requirements vielleicht sogar schon durch ein paar Use-Case-Modelle oder sowas verfeinert hat. Use-Cases werde ich in der Unterserie UML euch genauer zeigen. Das werden wir dann da nochmal genauer uns angucken, die jetzt übrigens auch demnächst starten wird. Aber egal. Und das Ziel vom Entwurf ist, dass wir eine Software-Architektur bekommen. Das bedeutet, wir wollen sozusagen das System modellieren. Wir wollen aber nicht nur die Architektur, also das ist etwas grob granularer gemeint, sondern wir wollen auch wirklich Klassendiagramme und so weiter haben, damit man am Ende nicht mehr viel Aufwand hat, um den Code schreiben zu können. So zumindest der Plan. Okay. Was wir also dazu haben wollen, ist erstmal, brauchen wir das Was? Wir wollen das Lastenheft erstmal verfeinern mit Use-Case-Diagrammen. Das habe ich gerade schon erzählt. Und danach wollen wir dann den richtigen Entwurf angehen. Das ist eher das Wie. Und zwar wollen wir erstmal die Architektur bestimmen. Das ist das sogenannte Modular Design. Und danach wollen wir die genaueren Strukturen, also wirklich auch Klassendiagramme erstellen, mit dem sogenannten Object-Oriented Design. Das heißt, ihr seht hier, Objektorientierung ist enorm wichtig, damit man auch wirklich einen guten Entwurf machen kann. Das heißt, das sollte man eigentlich auch schon ein bisschen verinnerlicht haben, wie das Ganze überhaupt funktioniert. Also was eine Klasse ist, was Vererbung ist und so weiter und so fort. Denn das gilt es sozusagen hier genauer zu definieren. So, aber zunächst einmal logischerweise Use-Case-Diagramme für das Lastenheft. Dann hat man eine etwas detailliertere Struktur von dem Lastenheft. Das ist eher das Was. Und danach die Architektur. Das heißt, das Grobgranulare. Was ist wo drin jetzt? Also was habe ich für Module? Wie kommunizieren die untereinander? Was kann ich da vielleicht noch festhalten? Und am Ende schaut man sich dann wirklich an, okay, ich habe jetzt Modul X in der Hand. Also zum Beispiel Modul Input Output. Das heißt, die Persistenz zum Beispiel, wenn man irgendwas in Dateien speichert. Und wie wird das Ganze dann tatsächlich gespeichert? Oder wie wird das verarbeitet innerhalb des Programms? So, wir wollen jetzt noch nicht direkt mit einem Entwurf anfangen. Wir wollen uns noch kurz vorher angucken, was es für Modellarten gibt. Das heißt, wir haben hier mehrere Arten von Modellen mittlerweile auch kennengelernt und lernen auch noch manche kennen davon. Und zwar haben wir einmal das Funktionsmodell. Das ist im Endeffekt das Lastenheft. Da werden einfach alle Funktionen aufgelistet. Und dann hatten wir aber auch gesagt, okay, für das Lastenheft braucht man Use Cases. Die habe ich jetzt hier nicht extra hingeschrieben. Die gehören aber eigentlich zum Funktionsmodell dazu. Anschließend haben wir hier ein sogenanntes Object Model, oder Object Model, welches Vererbung und Datenbeziehung, das heißt, ja, vor allem Vererbung tatsächlich genauer darstellen soll und vielleicht auch darstellen soll, was kann dieses einzelne Modul jetzt, was kann diese einzelne Klasse, je nachdem, was man eben machen möchte. Und anschließend hat man auch noch Dynamic Models, das heißt, die wollen den Zusammenhang zwischen den einzelnen Modulen genauer klarstellen. Das heißt, wenn wir jetzt eine Anforderung haben, wie zum Beispiel, also eine funktionale Anforderung, wie jetzt etwa eine Summe zu berechnen aus den Inputs, dann müssen wir das in einem, oder können wir das natürlich, wir müssen gar nichts eigentlich, aber wir können das Ganze in einem von diesen Dynamic Models darstellen, also Sequenzdiagramm, Zustandsdiagramm, Aktivitätsdiagramm. In dem Fall wäre vielleicht so ein Sequenzdiagramm gar nicht mal so verkehrt. Und da zeigt man dann einfach, okay, es werden die einzelnen Inputs ausgelesen. Anschließend wird das Ganze übergeben an Klasse XY und dort wird dann tatsächlich die Summe berechnet und die wird dann wieder irgendwo hin ausgegeben. Das wäre jetzt sozusagen ein sehr simples Sequenzdiagramm. Gut, und das sind tatsächlich alle Modellarten, die wir jetzt hier haben. Und ja, das ist auch wirklich alles, was ich euch dieses Mal zeigen möchte. Nächstes Mal starten wir dann richtig durch und gehen die einzelnen Diagrammtypen durch. Was ich eigentlich dieses Mal machen wollte, ist euch so eine grobe Übersichts, naja, ein Übersichtsvideo zu erstellen, wo ihr dann wisst, okay, wir machen jetzt tatsächlich das, um das zu erreichen. Das heißt, ja, im Endeffekt, wir wollen sozusagen diese Schritte durchgehen. Erstmal lassen wir es verfeinern, Use Case Diagramm benutzen. Dann Architektur definieren mit einem Modular Design und anschließend genaue Strukturen definieren mit Object Oriented Design. Okay, vielleicht hänge ich auch noch ein Video hinten dran hier und mache nicht direkt die Diagramme, weil ja, man muss vielleicht noch klären, was der Unterschied zwischen Modular Design und Object Oriented Design ist. Mal schauen. Okay, das war es von meiner Seite erstmal. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Ihr habt jetzt einen groben Überblick, was der Entwurf alles für euch zu bieten hat. und ich hoffe, ihr freut euch natürlich auch drauf und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.